Herzlich Willkommen zu meinem ersten Let's Play. Ich habe mich dafür für Rise of the Tomb Raider entschieden. Ich hoffe wir haben ein bisschen Spaß damit und wünsche euch jetzt viel Spaß. Ich hatte das Spiel einmal schon mal kurz angefangen, aber wir starten natürlich jetzt ganz normal. Also selber habe ich das Spiel auch noch nicht komplett durchgespielt. Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen. Sie hören auf. Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hier bleiben, bei ihm. Keine Chance. Du bist fast da. Warte, bist du da schießt, Lara? Nimm meine Hand. Danke. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Der Weg führt den Berg rauf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay. Lass uns vorsichtig sein. Dieser Wind ist Wahnsinn. Wir müssen einfach weiter. Ich hoffe, man hört ihn jetzt nicht gut oder nicht. So. Okay, dann folgen wir doch mal den schönen Weg. Die Laura soll ja jetzt ein bisschen eifer geworden sein zu dem ersten Teil. Aufgepresst du, wie er das wird? Lara, bist du in Ordnung? Jonah! Ich bin hier! Ich klättere runter und hole dich! Nein! Das ist zu gefährlich! Ich klättere wieder rauf! Bist du sicher? Bleib einfach da! Ja, dann hol mal die Eiswand hoch. Ich muss rüberspringen! Ja, okay! Jetzt nimm meine Hand! Oh! Hab dich! Shit, Lara! Du verpasst mir noch nen Herzinfarkt! Bist du okay? Ja! Los, komm! Da müssen wir wohl durch! Nicht schlecht! Hier können wir bleiben, wenn's das Wetter umsteht! So viel zu hier können wir bleiben! So viel zu hier können wir bleiben! Ja! Der Sturm kommt näher! Wir haben höchstens ein paar Stunden! Das sollte uns reichen! Wir sind fast am Gipfel! Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran! Ich kann es fühlen! Noch das letzte Stück bis nach oben! Alles klar! Mal sehen, was da oben ist! Mal sehen, was da oben ist! Scheint recht stabil zu sein! Problem an! Okay! Das war ja jetzt heilig! Von hier müssen wir klattern! Ich glaub, ich müsste dann mal was am Kontrollers austauschen! So! Mit neuem Kontrollar weiter! Das war ja jetzt heilig! 's stimmt! Ihr seht ihr das genossen los Eis?! Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib alle dran! Da! 10 Minuten auch noch mit dem Klasson, keine vor Ort. Oh Scheiße! Das war knapp! Ich bin dein Angeguckt. Schaffst du's rüber? Ich schaffe das. Klar schon wieder rüber. Ja! Ja! Komm du Scheiße! Ich glaub nicht, dass ich's so weit schaff! Bleib da! Ich mach für dich ein Seil oben fest! Okay, ich geb dir was sein! Was du schaffst, du weißt nicht! Ich weißt nicht! Oh, verdammt! Okay. Naja, das was sterbenbewusst war ja. Oh Gott! Oh Gott! Wir haben's geschafft! Ich seh die Ruinen! Oh Gott! Ich hab dich! Ich hab dich! Lara! Kannst du mich hören? Ja! Ich zieh dich wieder rauf! Komm nur, Tua! Da! Da drüben! Schnell! Stell mich zur anderen Seite! Okay! Los geht's! Whoa! Ja, ich mach-la. War ja klar. Laura, ich kann dich nicht halten. Das Seilruss. Kletter! Kletter! Scheiße! Schneller, verdammt! Geht zurück, Jonah! Such dir Schutz! Schönen Siem! Schönen Siem! Nein, ja gut. Sollte Oh, oh, oh. Das werden wir wohl erst später erfahren, was da jetzt passiert ist und wie es da weitergeht. Straub, was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut das. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich, beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Ich muss sehr vorsichtig sein. Ich muss sehr vorsichtig sein. Ich bin's! Anna! Oh Gott! Das tut mir echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hatte ich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Gefolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso ähn bist wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das gab es in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein. Das ist Irrsinn. Krieg dein Leben im Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist rechts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld? Hier stimmt was nicht. Äh, das ist nur die Ordentliche Platz. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die, die haben besser bezahlt. Sie. Scheiße, die sagen doch nicht auf uns schießen. Bring sie uns hier raus. Shit, shit. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Kein Zort mehr.